Hi Leute, hier ist der Tylo, natürlich GEC Firebird und der OneShot und wir zeigen euch heute unser Gaming Setup, bzw. das von mir, OneShot, Firebird fängt mal wieder bei mir und ja, Standort, genau, also fangen wir mal hier an, erstmal mein ewigen Computer, ohne Laufwerk, auf jeden Fall gute Lüfte, alles schön verstaubt hier unten, verdreckt, als nächstes mein, so wie es mal mit GAMON gewohnt ist natürlich, ja klar, alles dreckig angeblich, ja RTL, Okay, das nächste, mein Bildschirm, kaum Delay, also ich finde richtig nice, ist von Dell, kennt denke ich mal jeder, der hat glaube ich 70 Euro gekostet nur und ich benutze es zum Zocken und für Computer, also zum Bearbeiten, ja als nächstes meine Anlage von Logitech, hat mein Vater mir aus London mitgenommen, auch richtig nice, so, als nächstes den Fernseher von mir, also den wir eigentlich zum Zocken, den ich eigentlich zum Zocken benutze, ist ein Röhrenfernseher mit HDMI, hat wahrscheinlich auch noch niemand gehört, auch ganz selten, Okay, das nächste ist meine Xbox, ist eine Slim, mit 52 GB, dann das schöne Triton, das auch wunderschön leuchtet, meiner Meinung nach, 5.1, Die Koda Box, das ist super zu meiner Jacke heute, wunderbar, ja dann habe ich noch meine Anlage da unten, die ist von Haman Kardon, wahrscheinlich irgendeine chinesische Marke, kennt keine Sau, Dann nach oben meine wunderschöne Monster Energy Sammlung und Rockstar Sammlung, da hinten die Xbox Verpackung, mein wunderschönes Aquarium, das mir abends bei MLG hilft, wenn ich weine, weil ich keinen Dribble Kits hier, weil ich zu schlecht bin, einfach zu bad. Wo ruht einfach ungemein. Da oben seht ihr mein Rockband Drums und mein Triton Box. Und die Verpackung von der Epiphone natürlich. Ja, und die Verpackung von meiner wunderschönen Epiphone, also ich spiele Gitarre jetzt auch noch nicht so lang, ich kann aber auf jeden Fall schon was. Mein Bass, die Seiten, sind wunderschön verschimmelt, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Weil Bass ja so viel Spaß noch. Weil es auf jeden Fall langweilig ist. Und der Laptop, der blinkt schon. Und der wunderschöne Laptop von Firebird, Akku fast alle, Musik muss aber hinrundlaufen. Ja, muss, Raking Benjamin natürlich. Dann eine Box für meine fünf Boxen wegen der Anlage, wunderschöner Plüsch-Teddy und Plüsch-Affe. Ah, das ist ein Affe. Mein Osterding und meine Pringels-Dosen Sammlung, langeweile, ich sammle alles. Ich bin ein Messi. Dann meine Rockband Gitarre, macht Spaß Quicksal abzuziehen. Ich bin die Welt. Und wir haben uns noch was ihr leistet heute, in der Videothek. Also wie viel hast du das ausgeliehen? Ja, erklär du. Das ist Deutsch-Ex, das habe ich auch noch nicht gespielt, das soll ein neises Spiel sein. Und der Firebird natürlich, Alice in Wunderland, Madness Returns. Gönntiges Spiel, habe ich gehört. Ja, okay, Firebird, sag ich, unser Setup. Mein Setup, mein Setup, ja. Also, das ist mein Bildschirm, den ich unter dem Bett meiner Eltern gefunden habe. Wer hat es immer über jetzt angekommen, äh, ich hatte es über jetzt angekommen, es auf meinen Fernseher zu spielen. Der ist zwar hübsch, aber hat ein krankes Delay und ist der Laptop aus. Also, das habe ich einfach den genommen. Hat kaum Delay, ja, Marke unbekannt, A, M, B, wer es weiß, schreibt es in die Beschreibung. Nicht in die Beschreibung, in die Kommentare. So, weiter geht's. Wollen wir mal hier weiter. Das ist meine Slim, in Madness. Viel besser als die scheiß Klavierlack, meiner Meinung nach. Ja, ja, ist ja, ein Astronomar, aber ist ja egal. 23 GB. 23 GB, ich weiß, weil er gegönnt. Parkfahrer, was ich leisten kann. Mit Lego Star Wars 3. Wunderbar, hast du mit? Nein, wirklich schwer. Dann für zu Hause habe ich ja eigentlich noch meine Zauberboxen zum, was ist das, Adapter, keine Ahnung. Wieso Zauberboxen? Wieso Zauberboxen? Wieso Zauberboxen, weil die ohne Batterien Strom machen. Nein, nein, das geht Zauberman. Dann schwarzer Controller, Standard ohne Akkupack, mit Gladekabel. Ja, halt nicht vergessen. Ne, was ich auch noch sagen werde. Das Aquarium natürlich, das hilft mir auch ungemein. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe auch meinen Standard-Controller. Ein normaler Slim-Controller mit wunderbarer FPS-Freak drauf. Ich zocke auch meistens mit Kabel, weil Kontrolle irgendwie immer alle bei mir ist. Es socht. Es socht einfach. Hier, feiern wir uns ein wunderschönes Headset heute Abend. Ja, weil ich meins nicht mitgenommen habe. Ach ja, mein Headset. Ach, mein Headset. Ja, also ich bin ja so ein Profi, ich brauche gar kein Triton oder was weiß ich was. Syria, bla bla. Ich benutze einfach mein Standard-Hetzer, was sie gerade dazuschmeißen in die Box von der Xbox. M&G Pro halt. M&G Pro. Ich spüre das, wo die sind. Okay, gibt es noch was zu sagen, Feierberg? Nein! Wir können ja hier! Oh, was ist das? Siehst du? Okay, dann. Das war unser Setup. Hier noch ein wunderschöner Ausblick von meinem Zuhause. Wer mich stalken will, ich sage meine Adresse nicht. Okay. Aber ich kann es ja in die Kommentare schreiben. Nee, machst du nicht. Okay, das war unser Setup. Peace out! Timo, peace out!